Die besten Survival Games in 2023 Part 2 Return to Moria. Das im Herr der Ringe Setting angesiedelte Survival Game ist für 2023 angekündigt. Die schlüpft in die Rolle eines Zwerges und müsste in den Minen von Moria überleben. Es gilt die Schätze von Moria zu bergen, eine Basis zu bauen und die Geheimnisse der Schatten aufzudecken. Das Game könnt ihr im Multiplayer mit euren Freunden spielen und die Expeditionen in die Tiefe sollen stets abwechslungsreich bleiben, da die Minen prozedual generiert sind. Ein genaues Release-Datum steht noch nicht fest, aber das Game dürfte nicht nur für Herr der Ringe Fans ein spannender Titel bleiben. Folgt mir für Part 3 zu den besten Survival Games in 2023.